ab und zu die steuerung das ist schon knallhart die waffe ist besser endlich eine gute waffe wenn du in deckung gehst geht da manchmal ganz ganz seltsame wege aber echt schön gemacht knallhart in der passage da komme ich anscheinend nicht hoch ich habe nach rechts gemacht nicht nach links und jetzt hoch vielleicht hat das messer und was du hast es nicht immer ankommen hast du mich hat keinen sinn mission die gebäude blockieren das signal der fluch des fortschritts ihr monokular ich kann unser ziel sehen das krankenhaus ist zweimal westlich sehen sie unsere kamerade noch nicht kann ich nur an so um ich bin dran so und damit auf jeden fall geballert die schienen der hochbahnschein hier angestürzt zu sein also wenn dann sind sie da das muss sie sein ja vorher gesehen machen wir mit sollen wir ein paar freunde einladen luftkommando hier ist galahad ich brauche antwort von allen in der gegend um ort luftkommando hier ist galahad wir haben hier nicht das kommando der nordkanzler wird verärgert sein lafayette möchte nicht vor das kriegsgericht darum kümmern wir uns später wir sind drei wegstunden nordöstlich von whitechapel warten auf anweisungen sentinel 5 hier ist galahad wir brauchen hier luftunterstützung bestätigen wir sie signalisieren blau hohen im abstand von einer sekunde wir bitten um sichtbestätigung der kursänderung öh du wir entspricht komm wir ein jetzt macht das bestätigen warten sie vor ort auf befehle dann los der gestalt der pestilenz in pariser slums riecht es nach hohen überall auf der welt jetzt nach ihnen da bricht man sich alle knochen nicht abgerollt ist eigentlich keine knochen gebrochen haben eigentlich schon das ding ist im spiel ich fass es nicht das ist nicht wahr da von meinem kleinen lasst das jimmy bewegung los ich gehe feier schützen ja los auf jetzt noch jetzt darf ich Schnapp mich an uns. Komm! Komm! Sag mal die ganze Methode! Baaang! Headshot! Ah, die Knappe ist super geil! Läuft! Bessere Waffe? Okay, hier scheint nicht besser zu sein. Ah, du Trecksau! Besser! Jetzt will er nicht mehr raus! Ich lade nach! Na komm die...